Dass mit Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, fauslich ist alles mit dabei, was uns jetzt beheert, wobei Andrea M. natürlich immer darauf achtet, dass sie typgerecht eingekleidet sind, die Damen, die Bär einkaufen. Lina ist ein absolutes Thema in der heutigen Saison bei der Mode am Standortamt. Da sehen wir auch im nächsten Durchgang und Andrea M. bietet eine Rundum-Service, das heißt nicht nur die Frau, die Bär eingekleidet, sondern auch Frau Jungfern. Und das geht hin bis zu den Kleinen. Und das sehen wir im nächsten Durchgang mit Mode für das Standesamt bei Design-Schneiderwerkstätte Andrea M. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dankeschön. Ein Applaus, meine Damen und Herren für die Modelle von Andrea M. Wie gesagt, die Mode ist der Standesamt. Wir sehen uns dabei die moderne Brass. Wir sehen Lieder, die Farbe Lieder, ein absolutes Thema heuer. Und achten Sie vor allem auf die Accessoires. Andrea M. fertigt natürlich zu den Kleidern auch die entsprechenden Hüten, beziehungsweise überzieht die Schuhe im entsprechenden Stopp, beziehungsweise in der entsprechenden Farbe zum jeweiligen Kleid. Ein Hinweis noch zu den Partnerfirmen. Die Brautstreuze stammen von der Firma Blumeneck, Klagenfurt-Weißer-Straße und auch in Villers mit einer Filiale vertreten. Und die Frisuren der heutigen Modeschau auch zugleich ein Partnerbetrieb von Andrea M. Die stammen von Friseur Schick, Wischelderfer-Straße 214 in Klagenfurt. Und die Schuhe stammen aus dem Schuhhaus Bichler. Und jetzt wollen wir die Damen bitte in ihren Kostümen in der Mode für das Standesamt noch einmal am Laufstieg sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank für's Zuschauen.